Milos Pantovic ist ein serbischer Fußballspieler. Der Flügelstürmer steht beim Bundesligisten FC Bayern München unter Vertrag und spielt für dessen zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern. Zudem ist er für die serbische U21-Nationalmannschaft aktiv. Karriere Pantovic begann seine Karriere bei den Münchner Stadtteilvereinen SV Helios Dagelfing und FC Rot-Weiß Oberföhring und kam im Jahr 2007 in die Jugendabteilung des FC Bayern München. Für dessen zweite Mannschaft kommt er seit der Saison 2014 15. in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Sein erstes Tor erzielte er am 29. Juli 2015 bei einem 1-zu-1 beim FV Ilatissen. Da Trainer Pep Guardiola für das Bundesligaspiel der ersten Mannschaft bei Werder Bremen am 17. Oktober 2015 lediglich 13 Feldspieler zur Verfügung standen, nominierte er Pantovic für den Kader. Beim 1-zu-0-Sieg wurde er in der Nachspielzeit für Arturo Vidal eingewechselt. Pantovic debütierte am 17. November 2015 im Rahmen der EM-Qualifikation bei einer 0-zu-2-Niederlage in Slowenien für die U21-Auswahl des serbischen Fußballverbandes. Erfolge Deutscher Meister 2016 16